Und erstaunlich dieser Guido Burgstaller, der jetzt kürzlich im Interview noch mal sagte, er war sich lange gar nicht sicher, ob er überhaupt wechseln soll von Nürnberg zu Schalke in die 1. Liga. Ob es der richtige Karriereschnitt ist, ob er dagegen halten kann, ob er die Qualität hat für die 1. Liga, aber drei Tore und jetzt auch drei Vorlagen schon zeigen, dass er auch im Fußballoberhaus in Deutschland sehr gut mithalten kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann lässt er durch und da ist die Chance da und Burgstaller trifft zum 1 zu 0 und Schalke hat das Premiere Tor nach einem Eckball. Und jetzt Burgstaller, ah! 41. Minute. Oh, wie ist es möglich? Nein, und Schalke führt! Burgstaller 0 zu 1. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und es ist doch wahr. 0 zu 4. Burgstaller unbedrängt. Mega Schuss. Die ist besser. Naldo. Und Burgstaller! Guido! Burgstaller! 1 zu 0 Schalke! Gutz! Burgstaller! Was heißt nur Burgstaller? 1 zu 1. Boah! Jetzt ist doch der Tor da! Das gibt's doch nicht! Burgstaller! Die Mühe-Tor! Und Sieg für Schalke! Was reicht alles! いうこと!